Ich wollte euch doch noch nicht den Sonnenuntergang vorenthalten. Auch wenn die Hochspannungsmasten die Landschaft zerstören. Und da hinten sieht man das Radar, ich zoome mal ran, ich weiße wie man es erkennen kann, diese weiße Kugel mit neuer Schale, also das Oberteil ist neu, letzte Woche drauf gekommen. Ja, dann bis später. Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg vom Bonner Graben oder am Bonner Graben. Die Mücken haben mich gut zerstochen. Ich hoffe mein Auto steht da hinten noch, ich glaube ich sehe es. Ansonsten immer schön die Felder. Ganz hinten kann man irgendwo den Petersberg sehen, den Drachenfels und ich glaube die Hirschburg ist auch da irgendwo zu sehen, aber ich glaube ich denke mal im Video sieht man es nicht. Von da hinten bin ich gekommen. Jetzt sitzen schon die Mücken hier auf der Kamera, aber gut. Ja, das sehen wir weiter. Jetzt mache ich gleich erstmal den nächsten. Das war's. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.